moin moin meine freunde herzlich willkommen zurück bei because gaming is fun und let's play nhl 15 es steht der 15 spieltag an an 31 10 halloween die hamburg freezers empfangen die augsburger panther zum dritten mal schon diese saison bis jetzt konnten wir in diesem spiel beide spiele für uns entscheiden in der echten liga haben beide teams jeweils ein spiel gewonnen ja für die freezers läuft in der richtigen liga momentan richtig gut kann man einfach nicht anders sagen wir haben mannheim platt gemacht wir haben wolfsburg letztes wochenende platt gemacht die freezers sind einfach nicht aufzuhalten hoffentlich haben sie jetzt über die woche nicht schleifen lassen ja würde ich sagen gehen wir direkt mal ins nächste spiel rein also ja red festening fällt noch zehn weitere tage aus das ist nicht so cool aber augsburg hat auch ein paar ausfälle mit ryan bader und irgendwie kaziola gut gehen wir direkt rein weiter geht's denn ich bin wieder heiß auf eishockey ja wir haben ja hier das letzte spiel gegen wolfsburg leider 2 0 verloren das würde ich dieses mal gerne wieder besser machen mal gucken ob ich das irgendwie hinkriege weil hier im spiel ist augsburg ein echt gefährliches team so die spiel mit mason jovanovski wo woi wittger armstrong kapurusche und malone aha ach scheiße bei mir spielt immer noch der keusen in der ersten verteidigungsreihe so war das ja nicht mal geplant moment machen wir mal ein bisschen sound leiser hier sonst hört ihr das nachher doppelt im mikro so dann anfangs wohl die entscheidet festening für sich der spielt auch flake der geht schnell rein ins angestritte da hätten wir beinahe ganz frech den godee von hinten angespielt da hatte flak schon gerade eine gute chance verdammt das war nicht so gut das war nicht so gut das war ein ordentlicher hit von christoph schubert oder kreisen verliert den puck der war böse abgefälscht bei uns spielt wieder caron am tor schön geblockt von kevin clark das ist schlecht was war das denn was war das denn für eine aktion liebe leute caron wird den puck wegkommt haut ihn an keusen ran und von dem sein schlittschuh geht der puck ins tor oh was war das denn jetzt für 08 15 tor ist das scheiße da rege ich mich ja jetzt schon wieder auf ja ich weiß gar nicht ob ihr das schon wusstet im eishockey gibt es keine eigentore von daher wird das dem äh augsburger äh augsburger genau dem augsburger angerechnet der zuletzt am puck war in dem fall war das armstrong scheiße jetzt laufe ich schon rückstand hinterher westcott hat da ein bisschen verzogen was ist zum teufel und oppenheimer mit dem 1 zu 1 da haben sie ihm viel zu viel platz gelassen jawohl oppenheimer auf vorlage von juri westcott drittes saison tor von thomas oppenheimer da kam der verteidiger einfach nicht zum angriff und aus der kurzen distanz keine chance für mason ja schönes ding oppenheimer oppenheimer hey hey oh zertich hat das bulli verloren augsburger spielen die scheibe tief hoch so war das mal überhaupt nicht gedacht oh da haben sie mich böse von den beinen geholt fünf minuten strafe gegen augsburg große strafe ich habe nicht wirklich gesehen was das war müsste ein check gegen den kopf und nacken bereich gewesen sein oder so ja gut für sowas hätte ich jetzt nicht unbedingt eine fünf minuten strafe gegeben hinderung aber gut jetzt können wir vielleicht endlich mal unser erstes powerplay tor machen oh der war schon knapp wiii den hat schubert aber ordentlich außen übers tor hinweg geballert so klark da hat flake das ganz hinterlistig versucht obwohl das gar nicht so geplant war muss ich ja mal sagen komm jetzt muss doch endlich mal ein tor fallen oh das war schlecht oh das war schlecht schöner block von sebastian carron so opmerheimer ist wieder on the road oh was war das denn oh fuck was war das denn och mensch so wird das aber nichts mehr nehmen powerplay tor oh was machen die denn da oh beinahe auch ein eigentor der augsburger dat wär ja wat geworden ich glaube ich greife zu ungeduldig an hui da hat der flake aber fliegen gelernt du da habe ich Glück gehabt dass ich keine strafe für torwartbehinderung bekommen habe muss man ja mal so sagen hey das powerplay will einfach nicht bei mir klappen wa ach komm schon nehmt das tor noch eine minute 40 das powerplay ist gleich schon wieder vorbei schöner öffener pass auf kevin clark und auch das wird wieder nix och komm was macht denn der roda ey ja und dafür gibt es dann wieder eine strafe ich wollte das doch gar nicht oh mein gott nicht mal eine fünf minuten überzahl schafft äh kriege ich ein übertor äh äh was ist ein powerplay tor geschossen äh gesch- aah ihr wisst was ich meine nicht mal in fünf minuten überzahl kriege ich es geschissen über zwei tor zu schießen so und damit heißt es jetzt powerplay für augsburg oder genau so wollte ich das schöner wird so von koreau alter Der ging mal da rein. Was ist denn mit Oppenheimer heute los hier? Meine Güte, du. Der ist heute heiß. So, unsere Unterzahl ist ebenfalls vorbei jetzt. Das Schuss hat das. Tremendliche Chance. Alles klar. Ja, genau so wollte ich den Angriff planen. Da haben sie mit dem Pass gerechnet. Na gut, munteres Spiel. 1-1 nach dem ersten Drittel. Mal gucken, ob sich das rächen wird, dass ich die 5 Minuten Überzahl nicht nutzen konnte. Aber ich hoffe natürlich nicht. Ja. Oppenheimer hat ganz kleine Formkurve nach oben. Ah, der Flagg kriegt den Puck einfach nicht rein. Oh. Sehr gut. Schön gestört von Schubi. Alter Schwede, was der Mason manchmal hält. Das ist ja nicht feierlich. Oh shit. Da war Caron eigentlich schon geschlagen. Und Flake. Ins lange Eck. Diesmal hat er Mason keine Chance gelassen. Meine Güte. Achteste Saison-Tor von Jerome Flake auf Vorlage von Garrett Festerling. So will ich das sehen. Mason hat er verstanden, dass er ihre Style-Pointe für eine Saison gewinnt hat. Wenn er ihn verletzt hat, ist er jetzt in der Nähe. Der ist momentan leider verletzt. Mal gucken, ob der bald mal wieder spielen kann. Ich würde es ihm wünschen. Ah, gut, kann man natürlich mal so probieren. Gebracht hat es absolut nichts. Ah, obwohl. Schön gestört von Mathieu Rohr. So, Freddy Cabana. Allein auf weiter Flur. Ui. Der war aber ordentlich verzogen. Das kann man ja mal nicht anders sorgen, weh. So, und Oppenheimer wieder. Oppenheimer. Du bist für das. Oh, scheiße. Und das Oppenheimer auch schon wieder hinten. Cabana rollt zum nächsten Versuch an. Wollte auf Clark zurücklegen. Das hat aber so überhaupt nicht geklappt. Fuck. Ach, und dafür gibt es eine Strafe. Ja, natürlich. Scheiße. Oh, Julian Jacobson auf dem Eis. Gefühlt das erste Mal in diesem Spiel. Vielleicht ist er sogar nicht nur gefühlt, das erste Mal. Und das war ein Eising von Augsburg. Mal sehen, ob wir die Chance nutzen können. Wieder Oppenheimer. Oppenheimer am Bulli. Gewinnt das Bulli. Auf Schubert. Aber der bleibt hängen an der Verteidigung. Koisen einfach weg mit dem Puck. Uh, das war... Nicht gut! Wow! Malone mit dem 1-1... äh, 2-2. Das war nicht gut verteidigt von mir. Das muss man ja einfach so sagen. Ja, Rohr ist sauer. War auch immer wieder eine unnötige Strafe. Aber wie Eis ist doch so schön. Freezers geben niemals auf. So, fester Lenk rein ins Angriffsdrettl. Legt rüber auf Schlag! Schade. Da war Mason wieder im Weg. Und da schon wieder Kabana auf dem Eis. Meine Güte, wir sind doch wieder los. Kevin Schmidt! Der war abgefilgt von Kabana! Der wäre beinahe richtig gefährlich geworden. Huiuiui! Torwartbehinderung. Dadurch zählte das 3-2-2 jetzt nicht. Da habe ich aber schon einmal ganz kurz Schiss bekommen. Ja, aber zu Recht. Da hat er das Bein weggezogen. Malone, der Torschütz von ihm gerade. Die Torschütz von ihm. Der Torschütz von ihm. Der Torschütz von ihm. Das ist nicht so effektiv. Ja. Der Torschütz von ihm. Marvellous save! Ein großartes Chance! Lark scheitert. Oh. Da haben wir Glück gehabt. So, schöner Pass auf Flak hier. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit ein bisschen bedacht hier. Ja, ja, ja. So machen wir das mit Bedacht. Auf jeden Fall. Oh, ich will endlich ein Powerplay-Tor, Leute. Das kann doch nicht so schwer sein. Matzen am Bulli. Warum macht Matzen einen Bulli? Weil das auch gewinnt. Ah, geil. Ja, 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 ja. Genauso. Oh, da ist noch eine Strafe angezeigt. Ah, scheiße. Behinderung. Habe ich jetzt nicht gesehen, da war die Kamera schon weg. Oh, wieder Torwartbehinderung. Ja, das ist natürlich richtig clever. Fünf gegen drei, 1,7 Sekunden noch in diesem Drittel. Da ist vermutlich jetzt nichts mehr machbar. Oh, der Schuss kam sogar noch, aber kam nicht an Mason vorbei. Fünf gegen drei gleich für, ich glaube, 30 Sekunden. Ob da jetzt endlich mal das Powerplay-Tor drin ist. Es muss doch endlich fallen können. Oh, da hat Festerling verzogen. Ich weiß aber auch, um ehrlich zu sein, nicht... Nein! Doch nicht so! Was war das denn? Oh mein Gott! Dann spielt er wieder Pässe, die er nicht spielen soll. Wow. Der Mason hält aber auch einfach viel zu viel fest. Null von zwei Powerplays genutzt. Elf Schüsse. So viel haben manche Teams nicht mal im gesamten Spiel auf meint. Wieder und genau. So, Matzen. Reinen An... Ins Angriffsdrittel. Ja, natürlich. Ach, was soll denn so ein Scheiß? So, dann muss es heute wohl wieder... Na, ich war recht denn! Aber... Sag mal, wir tüpfen der Puck so kacke jetzt. Da kann ja auch nichts klappen. Ah, geil. Oh, Westcourt. Ich will aber auch schwer zu offen sie verteidigen. Höh! Hohohohoho! Ja, genau. Ist richtig, Meister. Ja, so sollte der Pass kommen und nicht anders. Hahaha. Da hab ich ihm auch im Augsburg noch einen mitgegeben, ey. Letztes Drittelt schon. Gefällt mir nicht. Dass es noch unentschieden steht. Flark ist ebenfalls heiß. Der wilde die Entscheidung eigentlich. So, Cabana jetzt. Cabana am Bulli. Gewinnt das. Auf, Klaas N! Aber auch den hält Mason wieder fest. Meine Güte, ey. An dem Typen ist einfach kein Vorbeikommen. Über 7 Minuten haben wir in der 3. Oh. Gefühlt auch das erste Mal Nico Kremer auf dem Eis heute. Der momentan in einer richtig steilen... Äh, in einer richtig steilen Formkurve hat. Jakobsen mit 2 Schüssen kommt nicht vorbei. An Mason. Wow. So, Clark. Clark jetzt allein auf weiter Flur. Wurde da böse umgehauen. Kann aber wieder aufstehen und weiterspielen. Ich hatte gerade schon Schiss, dass er sich verletzt hat. Und Kevin Clark gegen Mason. 3 zu 2. 5 Minuten 48 vor Schluss. Geile Vorarbeit von Jerome Flark in der anderen Bande. Sechstes Saisontor von Kevin Clark. Zack. Ganz einfach den Verteidiger umkurvt. Und dann auf die Stockhand von Mason. Keine Chance. Geiles Ding. Meine Güte, warum spielt ein Cabana eher zu viel? Was zum Teufel ist da kaputt mit meinen Reihen? Nichts gegen Cabana, aber das ist noch... Eigentlich einer für die 4. Reihe. Westcourt. Oh, eine Strafe ist angezeigt. Power Play. Power Play. Power Play. Ich hätte es wohl so mal an ein Tor fallen, Leute. Bitte. Können wir nicht antun. Ja! Ja! Power Play Tor! Das erste im 12. Versuch, glaube ich. Oh mein Gott. Christoph Schubert erlöst die Hamburg Freezers bei der Power Play Pleite. Zweites Saisontor für Schubert auf Vorlage von Matzen. Gewühl vorm Tor. Und dann kann Schubert das Ding einschieben. Ah, meine Güte da. Damit soll das Spiel auch schon fast in warm... Äh... Oha. Der hat mal Festling kaputt gemacht. Wow! Wow! Der hat Festling verletzt und macht dann noch das 4-3. In direkten Gegenzug. Colby Armstrong. Alter. Aber Festling spielt weiter. Och Gott sei Dank. Ich hatte jetzt echt Schiss, dass er sich verletzt hat. Das ist aber frech jetzt. Das ist frech, dass sie jetzt so schnell das 4-3 machen konnten. Zwei Minuten noch Spielzeit. Das ist mir eigentlich noch viel zu lange. Ja! Oh, dort hat sich den Puck geholt. Ich weiß zwar nicht wie. Aber er hat sich den Puck geholt. Oh, da kam beinahe der Pass auf Festling an. Schön überhaupt von Klaassen. Und dann nochmal der Passversuch auf Kevin Clark. Aber wie, da kam er nicht an? 37 Sekunden vor Ende jetzt. Sie ziehen noch nicht den Goldie vom Eis. Jetzt aber. Jetzt. So, Cabana war heute in der Arbeitstier. Dem wird jetzt das Tor gegönnt. 5-3 Hamburg Freezers. 19,2 Sekunden vorm Schluss. Freddy Cabana vermutlich mit seinem ersten Saisontor. Oder? Cabana mit seinem zweiten Saisontor. Hey! Nicht schlecht. Und ja. Das ist dann wohl wieder der Sieg für die Hamburg Freezers gegen die Augsburger Panther. Da können die jetzt nicht mehr sonderlich viel machen. Oh! Da legt Cabana beinahe noch ein. Ach du! Huch! Was war das denn von Klaassen? 5-3 Sieg für die Hamburg Freezers. Es ist perfekt. Geil! Letztes Drittel 3-1 gewonnen. So gewinnt man Spiele. Wow! Aber die Augsburger haben es mir wieder nicht leicht gemacht. Und das war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Uiuiui. Gucken wir gleich noch einmal auf die Tabelle. Was die denn jetzt sagt. Sieg. Und am Sonntag geht es schon gegen die Düsseldorfer EG. Das wird ja auch ein spannendes Spiel. Tabellen. Schauen wir uns nochmal an. Wolfsburg nach wie vor auf Platz 1. Hat allerdings auch schon zwei Spiele mehr als wir. Aber auch acht Punkte mehr. Wir sind momentan auf Platz 5. Hinter Mannheim, Köln und Krefeld. Direkt vor Ingolstadt, Berlin und Iserlohn. Die Düsseldorfer sind auf Platz 11. Haben auch schon mehr Spiele als wir. Ja. Sollte eigentlich ein Sieg drin sein gegen die Düsseldorfer, sag ich mal. Dann. Ja. Danke ich euch mal wieder viermal fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Falls es euch nicht gefallen hat. Bitte schreibt mir Kommentare, was sich verbessern könnte. Gebt meinetwegen auch einen Daumen nach unten. Soll mir dann recht sein. Auf jeden Fall sehen wir uns dann am Sonntag wieder. Wenn es heißt Hamburg Freezers gegen Düsseldorfer EG. Haut rein Leute.